Hey, ich bin Yves von CrossFit Differ und wir sind diese Woche zurück mit Episode 2 von unserer CrossFit Differ Open Update Show. Letzte Woche haben wir unser Format erstmalig vorgestellt, wir haben den Ablauf erklärt, wer die Teamcaptains sind und heute steigen wir voll in die Preseason ein und stellen euch unsere diesjährigen Open Teams und deren Namen nochmal im Detail vor. So, vorher habe ich allerdings noch ein besonderes Anliegen, auf das mich eines unserer Mitglieder, der Frank, aufmerksam gemacht hat. Frank hat sich bei mir gemeldet, er ist selbst erst seit April Mitglied bei uns im Team Differ und hatte Bedenken, dass er noch nicht bereit ist für die Open, sondern dass er eher eine Belastung für sein Team darstellt, als eine Bereicherung. Aber am besten lassen wir Frank seine Geschichte selbst erzählen, darum begrüße ich herzlich bei uns heute im Studio Frank. Hallo Yves, hey Frank, schön, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Ja, hallo, ich bin Frank, ich bin seit April bei CrossFit Differ und trainiere seit drei Monaten richtig CrossFit. Habe festgestellt, dass ich noch viele Sachen nicht beherrsche, dass aber man hier immer lernen kann, immer Spaß haben kann und deswegen kam bei mir die Idee auf, bei den CrossFit Open einfach mal mitzumachen. Hatte aber große Bedenken, dass ich, weil ich ja so viel noch nicht beherrsche, dass ich eine Belastung für das Team bin und dachte mir aber, ich frage einfach mal die Coaches und ob es sinnvoll ist, dass ich daran teilnehmen sollte und habe einfach den Yves gefragt und der hat mich erwundert und hat gesagt, klar, mach mit, es geht darum, Spaß zu haben und wir passen das alles an und es macht absolut Sinn, dass du dich meldest. Ja, und daraufhin habe ich mich angemeldet. Genau, daraufhin hat sich Frank wirklich angemeldet für die Open. Er ist auch schon registriert zum Drafter, also bereit für die Verlosung. Was waren denn sonst deine Erfahrungen mit dem Training bei Differ oder mit den Open? Konntest du das deine Zweifel darin, ob du bereit bist, noch ein bisschen lindern? Hast du immer noch Zweifel? Was denkst du, was erwartet dich überhaupt in den Open? Also zunächst erstmal, weshalb ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, weil ich in den letzten drei Monaten festgestellt habe, dass jede Übung in irgendeiner Form starrierbar ist. Das heißt also, dass es eine Form gibt der Übung, die ich machen kann und davon habe ich überhaupt die Idee gehabt, es könnte vielleicht Sinn machen, daran mich verteilzunehmen. Dann habe ich festgestellt, einfach, dass es super Spaß macht, hier mitzumachen im Team und dass ich auch immer Unterstützung bekomme. Ein Coach mir immer hilft und sagt, Frank, pass auf, mach so oder so. Und ja, das war für mich eigentlich das Wichtigste. Und natürlich zusätzlich, was immer im Crossfit gilt, ist es eine neue Herausforderung, die man meistern kann. Und ja, die wollte ich einfach versuchen und annehmen. Ja, das ist super. Da würde ich nochmal ganz kurz darauf zurückkommen. Das mit der Herausforderung hast du sehr gut angesprochen. Es ist, auch die Open sind wieder eine Möglichkeit, um selbst besser zu werden. Ihr habt die Chance, euch wirklich mal weltweit zu vergleichen und auch hier in der Box zu vergleichen, wo eure Fitness überhaupt steht. Es geht nicht darum, Erster zu werden. Aber es geht darum, einfach selbst mal zu sehen, was kann ich, selbst zu erleben, wie ihr etwas könnt, wovor ihr dachtet, ihr hättet keine Chance, das zu erreichen. Und dafür ist das Bieten, die Open, die perfekte Bühne. Also Frank, danke für deine ehrlichen Worte. Und ich bin froh, dass du dich letztendlich für die Open angemeldet hast. Ich bin gespannt, wer dein neuer Team Captain wird am Draft Day am Samstag. Bin ich auch gespannt. Und macht alle mit. Macht alle mit. Gut, danke schön. Tschüssi. Gut, wir gehen weiter. Das nächste Thema steht die Open-Anmeldungen zur Zeit. Erstmal ein großes Dank an alle, die sich bereits für die CrossFit Open und die Differ Open registriert haben. Wir haben, Stand heute früh, 36 Anmeldungen, was so viel sind, wie wir im Februar fast über die ganze Zeit hatten. Also ein riesen Danke an euch. An alle anderen, denkt an eure Extrapunkte. Das sind zwei Stück, die ihr sammeln könnt, wenn ihr euch bis diesen Samstag für den Draft Day bei den offiziellen CrossFit Games Open registriert, bringt ihr automatisch zwei Extrapunkte mit für euer Team. Nun möchte ich endlich das Geheimnis um unsere Teams lüften. Die Team-Captains stand schon letzte Woche freust. Das war Franzi, Claudi, der Carsten und Torty. Und jetzt, eine Woche später, haben die Teams ihre ersten Mitglieder bestimmt und auch die Team-Namen festgelegt. Dazu hat jeder Team-Captain ein kleines Video gemacht, in dem er oder sie sich kurz vorstellen und sagen, warum du in ihrem Team sein solltest. Den Start macht unsere liebe Franzi mit ihrem Team Wodka. Hi, mein Name ist Franzi, für alle, die es noch nicht wussten. Ich bin seit 14 Monaten bei CrossFit Differ und habe dieses Jahr mit 19.1 das erste Mal bei den Opens teilgenommen. Für mich war der größte Erfolg, dass ich teilgenommen habe und dass ich diesen Spaß und diesen Zusammenhalt miterleben durfte. Und ich möchte, dass wir zusammen ein Team sind. Der Name wird Programm sein und ich hoffe, wir haben richtig viel Spaß und werden uns zu neuen PRs anbrüllen und eine ganz tolle Zeit mit mir machen. Danke dir, Franzi. Vor schönster Kulisse im Wissenschaftshafen gefilmt. Ich hoffe, euer Team wird genauso viel Spaß haben, wie der Name schon verspricht. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für die diesjährigen Differ Open. Das nächste Team wird angeführt von unserem Torteam und heißt Stronger Than Yesterday. Video ab. Hi, mein Name ist Thorsten. Ich mache CrossFit, seit es Differ gibt. Warum du dich für mein Team entscheiden solltest? Grundsätzlich ist es egal, für welches Team du dich entscheidest, denn wir sind alle Team Differ. Für unser Team habe ich mir als Ziel gesetzt, neue und erfahrenen Athleten zusammenzubringen, um gemeinsam voneinander zu lernen, neue Fähigkeiten zu entwickeln und vor allem Spaß zu haben. Bei den letzten Open war es toll mit anzusehen, wie viele unserer Athleten über ihre Grenzen hinausgegangen sind und für sie scheinbar Unmögliches geschafft haben. Genau dasselbe wünsche ich mir auch für die Serie in Open, denn gemeinsam sind wir Stronger Than Yesterday. Danke auch an dich, Thorsten. Ich weiß, es ist dir nicht leicht gefallen, dich vor die Kamera zu stellen und ich hatte das vorher nicht gesagt, dass es ein Teil der Team-Captain-Aufgabe ist. Darum bin ich dir umso dankbarer, dass du es gemacht hast. Und dein Satz, dass du CrossFit machst, seit es Differ gibt, glaube, den müssen wir auf irgendeine Karte drücken. Gut, wir gehen gleich zur nächsten Kapitänin, und zwar der Claudi mit ihrem Team. Pump it up! Hi, ich bin Claudi vom CrossFit Open Team Pump it up! Und ich will dich für mein Team. Ich mache seit 2016 CrossFit, das heißt, das sind jetzt meine, ich glaube, vierten Open. Und ich finde, das ist irgendwie immer so die beste Zeit im CrossFit-Jahr, weil da alle irgendwie noch motivierter sind. Das ist so eine Magie in der Luft. Und alle erreichen irgendwie Sachen, die sie vorher noch nie geschafft haben. Das will ich mit euch zusammen erreichen im Team Pump it up. Und genau, euch einfach ein bisschen mitnehmen mit meiner CrossFit Open-Erfahrung, euch ein bisschen coachen, ein bisschen motivieren. Das eine oder andere Muskelchen aufpumpen. Und deswegen Team Pump it up mit Claudi. Ich habe euch übrigens auch keine Kosten und Mühen gescheut, euch die besten Cardio-Trainer der Welt zu besorgen, die man für Geld und Frohlichs bekommen kann. Keine Chance für Team No Cardio. Claudi bringt sehr viel Erfahrung mit und die besten Cardio-Coaches der Stadt in Form von kleinen, süßen Corgis für euch, für das Team. Sie hat die Boxhandschuhe bereits an und freut sich offensichtlich auf einen spannenden Wettkampf zwischen den Teams. Den Abschluss machen Snatch Me If You Can mit ihrem feuchtlosen Anführer Carsten. Hallo Leute, ich bin dieses Jahr der Teamkapitän von Snatch Me If You Can bei der Diffa Open. Ihr kennt mich, ich bin ja schon seit Juli 2018 Teil der Diffa-Familie. Das heißt, ich konnte auch schon die letzte Open in dieser Box mitmachen. Und wie ihr wahrscheinlich auch wisst, dank des richtig geilen Teams wird, schafft man da extrem geile Sachen und PRs. Sachen, die man sich vorher nie vorstellen konnte. Und dieses Jahr wollen wir das in einem Team nochmal weiter intensivieren. In meinem Team werden wir uns gegenseitig anfeuern, unterstützen, pushen und jede neue PR feiern, als wäre es unsere eigene. Und ich habe noch einen kleinen Schuss extra Motivation, um in mein Team zu kommen. Wenn unser Team gewinnt, dürft ihr euch am Ende ein Wort ausdenken, das ich als Teamcaptain dann alleine machen werde. Also, wenn ihr mich quälen wollt, wir sehen uns. Carsten, auch an dich, beste Grüße nach Balkonien. Ich denke, die Open werden für dich weniger komfortabel werden. Außerdem musst du ja dein Versprechen halten. Das heißt, alle, die Carsten schwitzen sehen wollen, melden sich in seinem Team an. Denn ihr müsst ja das extra Workout noch allein machen. Zum Abschluss möchte ich nochmal auf den Draft Day einladen. Dieser findet diesen Samstag am 21. September nach dem Teamworkout hier bei uns in der Box bei Crossed Differ statt. Start, Schuss ist 13 Uhr. Wir streamen natürlich das gesamte Event live bei Instagram. Wer also zuschauen möchte, kann entweder reinschalten oder uns einfach bei uns in der Box besuchen. Seid herzlich willkommen. Das war vorerst alles für unsere Differ Open Update Show diese Woche. In der nächsten Episode bekommt ihr ein Update über die Teams, über den Draft Day und einen kleinen Ausblick auf eine Veranstaltung, die wir in den nächsten zwei Wochen planen, die dafür sorgen soll, dass eure Open Performance nochmal aufs nächste Level gehoben wird. Aber die Details sind noch eine Überraschung. Seid also gespannt. Bis nächste Woche. Euer Team von Crossed Differ.